Italien ist Musik, Tanz, Kunst und Poesie. Viel Können und Fantasie. Familie, Freunde, Feste feiern. Dolce Vita, da und dort. Monumente, enge Gässchen, Lieblingswahlfahrtsort. Paradies von Gemüse, Obst und Oliven, was will man mehr? Italien ist umgeben vom glänzenden, speisenden Meer. Erbaut in herrlicher Natur. Von grosser Schönheit und Kultur. Römer, Goten, Griechen und Türken beherrschten das Land. Viele wirken hier mit ihrer Hand. Daher so unterschiedlich, widersprüchlich und nicht immer eins. Italien, wer für eins? Es herrscht grosse Überlebenswillen, einfache kreative Investition. Amore, Amore, Mafia und Korruption. Doch in allem ist an Glaube, Liebe, Hoffnung nicht fehlt. Denn aufs Herz der Italiener zählt. Wow, das ist Italien. Okay, eigentlich bin ich Schweizer, aber ich bin ein riesengroßer Fan von Italien. Aber Italien hat eine historische Kultur von unbeschreiblichen Werten. Auch Persönlichkeiten wie Leonardo da Vinci und Michelangelo haben das Land sehr berühmt gemacht. Aber es ist nicht nur die feine italienische Kuchen mit Pizza, Spaghetti und Gelate, welche die Welt faszinierte. Auch nicht nur la Boda oder el Ferrari veloce, no. La vostra Passione è la Musica. Pavarotti Ramazzotti è Massa Produto. Sie tanzen leidenschaftlich gerne. Darum haben sie euch heute eine super, eine super Tanzgruppe zusammengesehen. Sie tanzen euch die berühmte Tarantella. Prego, venite. Die Berühmte Tarantella. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Liebe und Frieden haben keine Grenzen und lassen sich nicht aufhalten von diktierten Normen oder schlechten Erfahrungen. Wir lieben euch, Völker aller Länder, und wir laden euch ein, mit uns zusammen, Liebe, Friede und Harmonie zu verbreiten, denn ohne euch schaffen wir es nicht. Wir lieben euch, egal woher ihr kommt oder wer ihr seid. Ciao a tutti!